Wenn du dich heute überforderst, wenn du dich heute stresst, wenn du heute zu viel machst, wenn du heute hektisch bist, wenn du deinen Tag überhaupt nicht mehr geregelt kriegst, dann ist die Auswirkung ja meistens auch erst später zu sehen. Willkommen in der Welt von Mit Herz und Fuß, dem Podcast, der dich auf eine Wanderung durch die Landschaft der Gesundheit mitnimmt. Ich bin Antonie, dein Zellcoach. Und das ist Ralf, unser Tourguide der Fußgesundheit. Gemeinsam erkunden wir die verborgenen Pfade von Körper und Seele. Ob du ein Spaziergänger auf der Suche nach Wohlbefinden bist oder ein Entdecker der Geheimnisse der Füße, schnüre deine Wanderschuhe. Wir brechen jetzt auf. Setz dich an unser Lagerfeuer und lausche den Geschichten mit Herz und Fuß, wo jeder Schritt, eine Entdeckung und jedes Herzschlagen ein Echo der Natur ist. Hallo Antonie. Hallo Ralf. Ja, wir sind immer noch bei der Veränderung und wir schlagen heute nochmal einen neuen Weg ein auf unserer Entdeckungsreise. Bist du dabei? Absolut. Prima. Weil was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, wie sieht es bei dir jetzt aus? Da kommt ein Klient zu dir und der bringt irgendwas mit. Der weiß ja wahrscheinlich noch gar nicht so richtig, was er mitbringt. Und wie geht ihr dann in den Prozess? Wie geht ihr dann vor? Also da kann ich gerade mal was so erzählen. Also die Menschen, die zu mir kommen, die sind zuerst mal total ratlos, weil keiner hat ihnen geholfen. Meistens entweder geht es um dich chronische Beschwerde körperlicherseits. Das gibt es auch, wo ich sage, die wissen keine Ausnahme, keiner hat ihnen geholfen. Irgendwie haben sie gehört, dass ich da was anderes mache. Okay. Oder sie kommen zu mir mit irgendwie Burnout, so ganz große Themen, wo ich ja alles beinhalten kann. Oder nach Trennung oder so. Jetzt nehmen wir es mal an, jetzt kommt jemand zu mir mit starker Arthrose. Er hat überall Schmerzen, er weiß sich einfach nicht mehr zu helfen. Gut, und dann gehe ich so vor, dass wenn er direkt zu mir kommt, also live sozusagen, dann legt er sich ja schon auf die Behandlungsbank gleich sofort, damit er eigentlich schnell aus dem Kopf rauskommt. Also raus aus dem Kopf, damit ich die Zelle aktiviere kann und damit er auch besser von sich erzählen kann. Und wenn ich da nochmal zwei, drei bis maximal fünf Minuten an ihm arbeite, dann kann er auch von innen raus sagen, was ihn plagt. Dann sagt er mir zum Beispiel die Arthrose, okay, es tut ihm da und da weh. Und dann arbeite ich am Körper, dann merke ich aber ganz schnell, okay, gut, das ist muskulär, kann man schnell beheben, kann man schnell was machen, aber dann gehe ich tiefer, ohne dass er das weiß. Ganz, ganz oft sind Themen dann dahinter, wie das Herz verschlossen ist, wie das Herzraum verschlossen ist oder auch den Halsbereich, dass die Menschen auch zum Beispiel nicht das Artikuliere, das Ausspreche, was sie aussprechen möchte, dass es immer wieder quasi in den Keller gedrückt wird sozusagen, wieder nach innen. Das macht auch Enge im Körper und kann auch natürlich auch Arthrose und solche Sachen an körperliche Beschwerden verursachen, auf Dauer. Oder sie merke einfach, der Kopf ist voll und sie wiese keine Lösung in Sachen jetzt ihrer körperlichen Beschwerden. Sie haben gar keine Zeit für irgendwas, sie wiese gar nicht, wie sie was angehen sollen. Ja, dann kommen sie auch quasi durch die Arbeit raus zum Kopf, sie merken erst mal, was im Inneren passiert, wenn sie mal die Räume geweitet. Ganz oft ist tatsächlich der Herzraum, Hals oder auch die Wurzeln aktiviere an den Füßen. An den Füßen bin ich ganz, ganz oft. Und da kann sich schon mal ganz viel öffnen und dann aktiviere ich die Zellen und allein durch das merken sie, wie es auf einmal weit wird. Und noch mal, ganz oft im Brustraum, da wird es weit. Und durch diese Weite, die nehme ich quasi dann und aktiviere jetzt gerne das Knie und behandle dann auch da die Muskulatur, das Knie. Und somit nehme ich die Zellen mit ins Boot, die sind auch sehr aktiv, was den Kniebereich anbelangt oder am Hals oder am Brustraum. Und somit kann eine Heilung in der Tiefe entstehen. Und die Menschen fühlen sich auch psychisch viel wacher, viel offener, viel freudiger, viel friedvoller mit sich selber. Also Selbstliebe entsteht auch und dadurch können sie auch die Tools machen, die sie dann auch zu Hause machen dürfen. Sind ganz kleine. Darüber können wir auch noch sprechen. Und somit sind die aktiv dabei an ihrer eigenen Heilung. Die Selbstheilungskräfte werden ja in Gang gesetzt und die sind aktiv dabei bei ihrer eigenen Heilung. Die machen was dafür. Also, ja, ich fasse das jetzt nochmal für mich zusammen. Das heißt, die kommen wirklich mit einem Potpourri sozusagen her, so ein Mischmasch. Und die wissen jetzt gar nicht so genau, in welche Richtung sie gehen sollen, welche Richtung sie irgendwie verändern sollen, wo der Ansatzpunkt ist. Und dann kommen sie zu dir. Und dann ist es ja so, dass meistens ein Thema sich rauskristallisiert. Jetzt zum Beispiel diese Herzöffnung. Dass die der Schlüssel sein könnte. Genau. Das wissen die nicht. Die kommen halt mit irgendwas körperlich. Nee, nee, das wissen die nicht. Aber das kristallisiert sich dann bei dir raus. Genau, genau. Und dann, okay, Thema Herzöffnung. Und dann besprichst du ja die Zellen auch. Das heißt, der Klient hört ja auch was darüber. Und wie geht es dann weiter? Also, was gibst du dem mit, wenn jetzt die erste Sitzung beendet ist? Was gibst du dem dann mit beim Thema Herzöffnung? Ist es dann auch total individuell oder wie ist es? Total individuell. Jeder kriegt was anderes. Aber was alle mitbekommen, wirklich alle, 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 ist das Auffüllen der Zellen mit Flüssigkeit, mit Wasser, ohne Kohlensäure. Entweder stilles Wasser, Leitungswasser, wie auch immer die Qualität dann auch ist. Kann jeder selber entscheiden. Aber das Auffüllen der Zellen mit Flüssigkeit ist essentiell für die Arbeit. Und manche müssen einfach nur das machen. Ich sage das Wort muss, weil ohne das geht es tatsächlich nicht. Also, auch die neu aktivierte Zelle, die brauchen, die müssen berieselt werden. Und berieselt heißt, in kleinen Schlucken Wasser trinken. Ohne Widerstand der Kohlensäure. Also, berieseln in ganz, ganz, ganz kleine Schlucke. Wenn man das Zellsystem berieselt, die frischen Zellen, das kann man sich vorstellen, wie frisch gesähter Rasen. Also, wenn man das mit einem Dampf oder mit einem großen Druck bewässert, dann ziehen die, dann ist das Same weg. Und so ist es auch mit den Zellen. Wenn die Zellen berieselt werden mit Wasser, können die das Wasser aufnehmen. Also, es wird direkt in die Zelle gelangen und nicht in die Niere, ins Nierebecken. Wenn man zu schnell trinkt, wird es wusch, ist die Niere überfordert. Und dann stimmt es, zu viel trinken überfordert die Niere. Wenn man das zu schnell trinkt oder einen großen Schluck und einfach runter trinkt, sagt, oh, ich habe einen Liter getrunken auf einmal, das reicht für den ganzen Tag. Nein. Es geht, es muss da ankommen, wo es gebraucht wird. In den Zellen. Dann können die Zellen auch arbeiten. Dann kann der Zellstoffwechsel stattfinden. Das ist das allererste Tool, wo wirklich alle zuerst mal auffüllen müssen, weil wir die meisten trinken tatsächlich nicht richtig und halt auch nicht in dieser stetigen Menge. Also es sollte ja verteilt werden über den Tag. Auch hier wieder die kleinen Schritte. Auch hier diese kleinen Schritte. Und das Auffüllen, absolut reif, das Auffüllen des Wassers kann tatsächlich lange dauern. Je nachdem, wenn es Ihnen wirklich wie eine Wüste aussieht, sage ich schon mal sehr trocken, was bei den meisten wirklich so ist, dann dauert es. Und da brauchen Sie Geduld und Zeit. Wenn man das aber wirklich akribisch macht, morgens gleich zwei große Gläser Wasser, trinkend schluckweise, über den Tag verteilt, in Situationen, wo man Stress empfindet, schwierige Gespräche, ein Glas, ein Großglas, schluckweise Wasser trinken, dann spürt man das schon in der Fußsohle, da kribbelt es in der Fußsohle. Gepaart, also mit der Aktivierung der Zellen, dann geht es natürlich viel schneller nochmal alles. Dann hat man schon mal sehr viel gemacht. Und meistens sage ich, das reicht. Man muss erst mal die Zellen auffüllen, das reicht, weil überfordert sind die Menschen so oder so. Und so kommen Sie automatisch auch immer mehr aus dem Kopf raus, durch die Aktivierung der Zellen. Das ist ein total tolles Bild, was mir da jetzt auch nochmal eingefallen ist. Wenn du so einen ganz ausgetrockneten Boden hast und dann schüttest du da Wasser drauf, dann kann der Boden das ja gar nicht aufnehmen. Absolut. Das ist ja wie so eine Sturzflut in der Wüste. Und irgendwann wird es ja wie Bettung und da wird es ganz fest und dann fühlt man sich auch fest in sich und eingekästelt. Das sind die Menschen, die sich auch so in der Box fühlen. Und es gibt auch sowas, wenn es im Außen schwer ist, wenn es wirklich im Außen überall Steine liege, alles schwer wird und mühselig, und die Menschen, wo wird ich dann zu mir kommen, dann arbeitet es im Inneren sehr wenig. Dann sage ich, dann ist es im Inneren ziemlich mau. Und so tut man das Innere halt auch durch mein Zellcoaching aktivieren, aber der Kunde kann auch sehr, sehr viel selber machen und es beschleunigen. Also wie am Anfang mit der Zeit, wie im letzten Podcast, wenn er wirklich möchte, der Kunde, ja, zu 100 Prozent ready ist für die ganze Sache, für diese Veränderung, kann das ganz arg schnell gehen. Da ist natürlich der Wille und die Power gefragt. Wie viel kommt da nach vorne? Und wie gesagt, mit Hilfe der Zellaktivierung kann das wirklich recht schnell gehen, aber es kann auch langsam gehen. Und das ist individuell bei jedem. Ich bin zum Beispiel der ganz, ganz langsame Typ, Ralf. Bei mir geht alles so ganz, ganz, ganz langsam, wie so ein Schneckchen. Aber … Ja, das würde ich nicht ganz unterstreichen. Nicht überall, gell? Ja, richtig. Also es kommt ganz drauf an. Stimmt, wie beim Podcast. Es kommt ganz drauf an. Aber so im Prinzip, wenn ich sage, die Basics, diese … Also bei mir wird schon auch die Geduld gefordert in meinem Leben. Zum Beispiel, bis ich zum Zellcoaching gekommen bin, das habe ich innerhalb von zehn Jahren entwickelt. Das war meine eigene Entwicklung und die Entwicklung des Coachings, des eigenen Coachings. Das wollte ich genauso machen, wie ich mir das immer an mir selber gewünscht hätte. In meiner eigenen Krankheitsphase habe ich mir das genau so gewünscht. Und das habe ich dann wirklich auch erarbeitet und kreiert. Und das finde ich großartig. Und das hat tatsächlich meine eigene Entwicklung gebraucht und mein Wille, das Durchsetzungsvermöge und die Ausdauern, da hatte ich das wirklich. Da bin ich nicht davon weg, ob mit wenig Geld klarkomme oder nicht. Mir war klar, das möchte ich in die Welt raustragen. Das ist meine Berufung. Das ist das, was ich den Menschen geben möchte. Und deshalb bleibe ich da dran, da schwank ich nicht, wenn ich andere Entscheidungen habe oder im Leben, wo ich, vielleicht sind es auch nicht die Herzenentscheidungen, wo ich dann einfach auch langsam oder lang brauche, du hast recht, dann sind es vielleicht auch nicht die richtigen Wünsche. Da ist auch was drunter gelagert. da muss man auch ich nochmal hingucken. Sind es eigentlich die Wünsche, wo ich eigentlich passe zu meinem Leben? Dann war es halt eher der Schwall Wasser, der auf eine trockene Erde trifft und nicht der ideale Rieselregen, der die Erde wieder langsam, Stück für Stück, Tropfen für Tropfen, weich machen kann. Und wie ist es bei deinen Kunden? Was kannst du so berichten mit Zeit? Hast du so ein praktisches Beispiel, wo du mal einen Kunde gehabt hast, da wirklich gesagt hast, boah, da ist losgegangen, wie das schon losgespurtet oder auch andere Beispiele? Ja, wie ich gesagt habe, es ist völlig unterschiedlich und da machen wir auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ja, was am häufigsten passiert, ist tatsächlich, dass das ganze Thema unterschätzt wird. Also wir bremsen die Leute am Anfang und sagen, mach lieber langsam, nur die Dosis, mach das Gift und so weiter. Mach es Stück für Stück, orientiere dich an der Zeit, die wir dir mit dem Plan vorgeben und schau mal, oder spür mal, noch besser gesagt. Aber die meisten unterschätzen das einfach. Die unterschätzen, dass wenn ich da jetzt mit den Füßen was verändere oder so, ja, was Neues im Schuh habe, dann passiert da jetzt in meinem ganzen Organismus was oder in meinem ganzen Körper was. Das unterschätzen die und die fangen dann an, das zu übertreiben. Und der Witz ist, die Quittung kriegst du auch immer erst so ein bisschen mit Zeitverzögerung. Das heißt, wenn du heute zu viel machst, kriegst du die Rechnung morgen, übermorgen oder vielleicht auch später. Und so ist es ja auch im Leben. Also wenn du dich heute überforderst, wenn du dich heute stresst, wenn du heute zu viel machst, wenn du heute hektisch bist, wenn du deinen Tag überhaupt nicht mehr geregelt kriegst, dann ist die Auswirkung ja meistens auch erst später zu sehen. Und das ist ja vielleicht bei deinen Klienten auch so, dass die das erleben, dass das dann eben passiert. Deshalb ist es dann oft so, dass der Körper sich dann irgendwie meldet. Und die rufen dann bei uns an und sagen, oh, jetzt habe ich solche Kniebeschwerden entwickelt, seitdem ich die Aktiveinlagen trage. Und dann gehen wir halt wieder zurück zu den Basics und gucken uns das dann nochmal an. Okay, wie haben sie es denn getragen? Wie oft haben sie es getragen? Wie lange haben sie es getragen? Haben sie überhaupt an den Trainingsplan gedacht? Vielleicht auch nicht. Und das sind dann immer die Sachen, wo man dann nochmal genau hinschauen kann, wie kann man da eben besser, ruhiger, entspannter in die Veränderung kommen. Das ist dann immer der Ansatz. Aber es gibt auch die Leute, wie ich gesagt habe, die entscheiden es einfach vom Kopf und sagen, zack, ich lege das in die Schuhe, ich trage das den ganzen Tag. Und die haben kein Problem damit und das ist alles gut und die fühlen sich super wohl. Dann ist es wirklich auch, meine Meinung, ist es eine Entscheidung, die einfach anstand und die sehr, sehr wichtig an dem Punkt war. Und dann ist es halt auch wirklich eine nachhaltige und eine starke Entscheidung. Auf jeden Fall spannend. Und so ist es mit deinen Klienten, denke ich auch. Also da gibt es wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Typen beziehungsweise die unterschiedlichsten Herangehensweisen und dann natürlich wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Empfehlungen von deiner Seite. Es gibt ganz Unterschiede. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat Entscheidungsschwierigkeiten gehabt, die wusste nicht beruflich, wohin. Das war wirklich eine Sitzung und die wusste, da geht es lang. Ja, das war auch eine Herzöffnung nochmal, eine Öffnung in mehrere Bereiche. Und die wusste dann hinterher, das mache ich ganz klar, das ist mein Weg. Dann reicht auch eine Sitzung. Wenn es aber wie so ein Potpourri von verschiedenen Dingen ist und es Schicht für Schicht bearbeitet werden muss, was bei den meisten Menschen tatsächlich ist, man geht dann immer gleich ran an diese Baustelle und an diese Engstellen, dann geht es halt Schicht für Schicht und Schritt für Schritt. Und es gibt solche Menschen, es gibt solche Menschen, es ist auch breit gefächert, aber das Gros der Menschen ist tatsächlich, die kommen und die wissen überhaupt nicht, was mit ihnen eigentlich los ist. Sie brauchen halt ein äußeres Signal, dass sie kommen, viele auch mit Bluthochdruck, das ist auch ganz oft jetzt so in nächster Zeit, Bluthochdruck ist Stressfaktoren einfach. Als Auswirkung. Und die brauchen halt irgendwie ein Instrument, okay, da kommen wir hinweg dem, aber was da drunter steckt, ist halt auch was ganz anderes. Und somit ist, ja, es ist, wie in Detektivarbeit, das hatte ich schon von der Physiotherapie auch so gesehen, aber da geht es wirklich ans Eingemachte und das ist genau das, was mir, wofür ich brenne. Ja, und deshalb gehen wir beide den Weg quasi vom Hinschauen, von der Analyse, vom Ist-Zustand, vom Schauen, was eigentlich ist und dann über die Entscheidung, über die Annahme in die Veränderung, oder? Ralf, besser können ich sind ausdrücken. Wunderbar. Ganz toll. Prima. Gut. Dann haben wir uns erschöpfend verändert. Das ist ja spannend. Die Veränderung verfolgt uns noch etwas länger. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es sehr spannend und eigentlich auch da, wenn man da was macht, wenn man da nur ein bisschen was verändert, nun, ich sag mal, nur so ein klein bisschen, dann kann es den Stein ins Rolle bringen und das andere geht auch wirklich tatsächlich automatisch. wenn man es an der richtigen Wurzel packt, kann es auch ganz leicht gehen. Erstmal reicht ein Regentropfen für die trockene Erde, nicht gleich fünf Liter. In diesem Sinne, Ralf, wunderbar. Hat richtig Spaß gemacht. Gehen wir es weiter an, marschieren wir weiter. Wir marschieren weiter. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Du willst auch die nächste Folge unserer Entdeckungsreise nicht verpassen? Dann abonniere jetzt diesen Podcast mit Herz und Fuß. Dann bleibst du dran und verpasst auch nicht den nächsten Aufbruch zu neuen Ufern. Du willst leicht und schmerzfrei durchs Leben gehen? Dann findest du mehr Infos unter www.stepflex.de und antoniebens.de www.stepflex.de